Ja, für uns war es schon ein geiler Nachmittag auch. Ja, die Erinnerung, die ist schon noch da. Es liegt einfach daran, dass es halt mein erstes Profitor war und das Spiel war damals in Oberhausen. Ja, denn heute war er nicht nur da, sondern auch gesund. Angelo Vier, die neue Oberhausener Sturmhoffnung. In der Saison 96-97 sowie 97-98 Zweienliga-Torschützenkönig mit vier 18 Treffern für Rot-Weiß-Essen und den FC Gütersloh. Also, RWO wollte heute vier Gewinnspielen. Der hat leider zu viel geknipst auch. Ja, das war so ein typischer Zweinliga-Stürmer auch, der auch die Qualitäten für die Zweite Liga auch hatte. Matthias Hain immer noch für den angeschlagenen Reichholt im Tor der Gäste. Die heute ohne Tür, Prinzen und Jonkow. Dafür schickt der Benno Mühlmann, Meichelbeck, Schmidt und Huber aufs Feld. Das Spiel lief total beschissen an. Also, wir waren, glaube ich, schon nach 20 Minuten 3-0 hinten. Und ich hatte damals noch nicht so einen guten Stand beim Trainer, Benno Mühlmann. Der war damals schon auch ein sehr harter Trainer auch. Und ich war gerade so auf dem Weg, mir meinen Platz so ein bisschen zu erkämpfen auch. Und gerade im ersten Jahr hatte ich noch ziemliche Probleme, auch körperliche Probleme. Und im zweiten Jahr wurde es dann ein bisschen besser. Chaos im Fünf-Meter-Raum, der Führter, aber nur Chaos oder auch Tor. Angelo Vier jubelt. Ja, gibt's das denn? Es war ein Tor und ausgerechnet von Angelo Vier. Keine fünf Minuten auf dem Platz und schon das erste Saisontor für Rot-Weiß Oberhausen. Hut ab. Nee, ich habe ja da links gespielt. Und ich hatte jetzt nicht so viel mit ihm zu tun. Aber wir haben ihn einfach nicht unter Kontrolle gebracht. Aber grundsätzlich haben wir auch, speziell in der ersten Halbzeit, alle einfach schlecht gespielt. Tobak um vier. Ich werde verrückt. Der hat die eingebaute Torgarantie. Oliver Schmidt, dann der Peters Carabella und der Nikos Bordonen. Die haben die Dreierkette gespielt. Und ich habe so links im Mittelfeld gespielt. Also war jetzt nie der Schnellste, auch nie der Beweglichste. Das war noch so in der Anfangszeit. Ich wurde dann auch im Laufe der Zeit immer weiter nach hinten befördert. Dann eben als linker Verteidiger oder dann Innenverteidiger. Oberhausen, der Tabellennetzte, machte weiter. Ungeheuren Druck, Tobak. Und dann kommt Pröpper. Nicht an den Ball. Dafür ist Carabella. Und zwar mit der Hand. Jetzt Hattrick für vier. Nein, Lipinski. 3 zu 0. Ich hatte natürlich die Befürchtung, dass ich jetzt ausgewechselt werde. Weil Benno dann relativ schnell zweimal wechselte. Und ich hatte echt die Sorge, dass es mich da halt erwischt. Und klar, dann kommen irgendwelche Ängste dann halt auch hoch. Oh, was passiert da mit meiner Laufbahn und so weiter. Aber auch so hatte Benno Müllmann zu diesem Zeitpunkt die Pappe auf. Und jetzt kommt der Moment, wo sich Benno Müllmann denkt, jetzt braucht es einen Impuls. Sein Defensivkonzept ging voll nach hinten los. Ab jetzt spielten Thür neben Roman in der Spitze und Lamthei direkt dahinter. Hube und Assouzi hatten ihren Arbeitstag beendet. Und Gott sei Dank hat es mich dann nicht erwischt. Und hat zwei andere erwischt. Den einen, den kennt man hier ganz gut. Den Rashid ja auch. Ich muss sagen, es hat uns damals sehr gut getan, dass er ausgewechselt wurde. Darf ich jetzt nicht so laut sagen. Ich weiß. Aber man hätte alle auswechseln können. Aber er war halt einer derjenigen, den es halt erwischt hat. Und ja, und wir hatten dann das Glück, dass wir das Spiel dann halt drehen konnten. Bleibt gefährlich und irgendwie buxiert Thür das Leder ins Netz. Und nun hatten auch die Vierter ihr erstes Saisontor. Naja, ich habe mal recherchiert. Also es gibt für einen Anschlusstreffer psychologisch, glaube ich, nie einen schlechten Zeitpunkt. Ihr sollt den Ball mit der Hand mitgenommen haben. Entscheiden Sie selbst. Es ist ganz schwer zu erkennen. Dennoch 3 zu 1. Also an die Ansprache kann ich mich nicht mehr erinnern. Also man muss wissen, dass Benno Möhlmann ein Trainer war, der extrem auf Detailarbeit geachtet hat. Und er hat natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie ein Spiel laufen soll. Wenn das natürlich nicht der Fall war, dann konnte er natürlich schon auch sehr ärgerlich sein. Und dementsprechend halt auch mal an der Linie abgehen oder auch in der Kabine. Aber er war eigentlich diesbezüglich immer eher eine Wundertüte. Also du hattest nicht, du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Aber er hat natürlich schon auch ein krasses Zeichen gesetzt, indem er nach, ich glaube, nach 20 Minuten, da halt schon zwei Leute halt auch auswechselt beim 0,3. Klar, wenn du so einen Misserfolg hast in so kurzer Zeit, dann willst du als Trainer ja eine Veränderung. Du musst dir irgendwas bewirken, du musst dir irgendeinen Pult setzen, damit es einfach wieder besser wird. Ich denke, so krass habe ich es auch noch nicht miterlebt, dass man wirklich nach einer halben Stunde 3-0 zurückliegt. Und was halt da hochinteressant war, war die Einwechslung, die wir da vollzogen hatten. Wir hatten damals einen Spieler reingebracht, das war der Niel Amtai, was im Alter von 19, 20 eigentlich das größte Talent im Weltfußball war. Und warum ist er bei Greuther Fürth gelandet? Eigentlich deswegen, weil seine Karriere eigentlich zu Ende war. Und er kam dann zu uns und hat sich dann durchs Training angeboten bei uns auch und wurde dann auch verpflichtet. Und als er dann bei Oberhausen eingewechselt wurde, oder in Oberhausen, da hatte er vielleicht 70, 80 Prozent seines Leistungsvermögens wieder. Tür in der Mitte, Adler und dann kommt Amtai. Nur noch 3 zu 2. Das hat aber gereicht, damals um zwei Tore da zu machen. Das Problem war aber, dass er durch den Jubel so euphorisch war, dass er in dem Salto sich wiederum sein Knie verletzt hatte, wodurch er wieder ins Hintertreffen kam. Und das war halt sehr schade, weil das wirklich ein Wahnsinnsfußballer auch war. Also der war damals im Probetraining bei uns. Und wir haben uns schon gedacht, was macht denn der eigentlich im Probetraining bei uns, weil der einfach genial war. Lamtai auf Hassan. Und da kommt der Ball nochmal zu Lamtai, der nimmt Maß. Der Ausgleicher, gibt's das denn? Und Lamtai, der kriegt sich gar nicht mehr ein vor Freude. Sein zweites Saisontor in diesem Spiel. Und was war das für ein Fund. Da gab's für Oliver Adler wahrlich nichts zu krallen. Ja, also ich hab ja einen ganz guten linken Fuß gehabt. Also was jetzt einfach die Stärke und die Schusskraft und so auch betrifft. Jetzt nicht, was die, ich war jetzt nicht derjenige, der den Ball über die Mauer zirkelt, wenn man so sagt. Sondern ich war halt eher jemand, der von der Schussstärke und vom groberen halt kam. Deswegen hab ich schon oft auch die Freistöße auch geschossen. Klar, da hat halt alles ganz gut funktioniert und gepasst. Und an dieses Gefühl kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil das wirklich für mich ein wahnsinniges Glücksgefühl war und halt so ein Gefühl von Befreiung. 3 zu 0, nun 3 zu 3, Freistoß, Meichenbeck, Denkste, 3 zu 4. Gräuter Fürth hatte den Spieß umgedreht. Unglaublich. Na gut, ne? Also der Freistoß war schon gut, aber das ist ja immer wieder das Gleiche, was du nicht siehst, kannst du ja nicht halten, ne? Deswegen war das schon ganz gut. Klassischer Tor, ich hatte keinen. Also ich hab mich einfach, ja, lustigerweise hatte ich immer den Blick zum Himmel. Also irgendwie hab ich immer hochgeguckt und hatte auch mit meinem Glauben da sicherlich auch zu tun, dass man da unbewusst immer auch nach oben guckt, ne? Also ich seh das jetzt wirklich das erste Mal seit, was sag mal, 2020, das war 1999 oder? 21 Jahre her, ne? Schon krass, ne? Wie schnell auch die Zeit vergeht in dem Fußballbusiness, ne? Aber das war's noch lange nicht, wir haben noch ein, ein verrücktes Spiel, ein Wahnsinnsspiel und noch war nicht Schluss. Vier, Latte, Toborg. Jetzt hatten sie auch noch Riesenpech. Es blieb am Ende dabei. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass Rashid ausgewechselt wurde in dem Spiel? Ich sag mal so, das war schon, wenn ich es jetzt nur mal anschauen, ein sehr, sehr glücklicher Sieg. Und Benno war, glaube ich, im Nachgang sehr zufrieden mit seinen Entscheidungen, die er getroffen hat. Die Mannschaft hat sich wirklich in der zweiten Halbzeit hochverdient. Wir haben natürlich in der einen oder anderen Situation etwas Glück gehabt, aber die Tore waren rausgespielt. Die waren jetzt nicht durch so katastrophale Abwehrfehler bedingt, wie wir sie selbst gemacht haben in der ersten halben Stunde. Aber für mich persönlich war das wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt in meiner Laufbahn. Also ich glaube, wenn ich diesen Moment nicht gehabt hätte oder vielleicht, wenn ich nach 20 Minuten ausgewechselt worden wäre, mich jetzt auch treffen können, dann wäre vielleicht meine Laufbahn ganz anders gelaufen. Hätte es vielleicht gar keine Laufbahn gegeben. Und deswegen, ja, zum richtigen Zeitpunkt ein ganz, ganz wichtiges Tor geschossen und dadurch einen Weg nehmen dürfen, den ich selber nicht glaubte, dass der mal so kommen kann. Also mein Ziel war immer nur, mit dem Fußball mein Studium zu finanzieren. Das war eigentlich so mein primäres Ziel. Und dann, klar, als ich dann Profi wurde, dann willst du natürlich dich dann auch stabilisieren in der zweiten Liga, weil es dann auch so schnell in die Bundesliga geht. Das hat mich damals schon auch sehr überrascht, wie schnell das dann auch ging. Aber es ist Fußball. Die Dynamik, die holt uns auf allen Feldern immer wieder ein.